Herzlich willkommen zum Hanse-Much. Mein Name ist Julia Seidel, ich bin gebürtige Lübeckerin, Germanistin und Archäologin und werde Sie durch diesen Kurs begleiten. Thematisch werden wir uns nicht nur mit der Hanse beschäftigen, auch wenn diese natürlich im Vordergrund steht. Sie werden zudem einen Einblick in die archäologische Hilfswissenschaft erhalten oder auch in den Aufbau der mittelalterlichen Stadt, das Leben im Mittelalter im Allgemeinen und ebenso werden Sie erfahren, wo wir die Geschichte heute noch finden. Dazu haben wir uns verschiedene Experten eingeladen, zum Beispiel Herrn Professor Dr. Hamil Kiso, der auf dem Bereich der Hanse- und Geschichtsforschung eine führende Position inne hat oder auch Frau Mührenberg von der Stadtarchäologie Lübeck. Interessant wird es natürlich auch bei dem Pomologen Herrn Eckleder und was es damit Aufsicht hat und was der mit Hanse zu tun hat, das werden Sie später erfahren. Das Format ist relativ einfach. Dieser Kurs dauert acht Wochen, jede Woche werden Lektionen freigeschaltet. Diese beinhalten unterschiedlich viele Videos. Vor jedes Video wird ein Informationstext gestellt, der Sie in die neue Thematik einführen soll. In diesen Lektionen werden Sie unterschiedlich viele Aufgaben zu bearbeiten haben. Wenn Sie 80 Prozent in diesem gesamten Kurs richtig beantwortet haben, erhalten Sie abschließend ein Zertifikat. Sie sind natürlich aber auch herzlich eingeladen, in unserem Diskussionsforum teilzunehmen. Auch hier werden wir regelmäßig neue Fragen für Sie haben. Und nun bleibt mir abschließend nur übrig, Ihnen ganz viel Spaß zu wünschen und ich drücke Ihnen die Daumen.